Moin zusammen. In diesem Video möchte ich euch gerne unsere neue Reliance Rolle der Marke Rhino vorstellen. Definitiv unser Salzwasserschlachtschiff. Wir bieten diese Rolle in der Größe 30 bis zur Größe 85 an. Sprich ihr könnt ganz ganz viele Angelarten damit abdecken. Ob es das leichte Angeln auf der Ostsee ist bis hin zum Angeln in Norwegen. Die Rolle ist wirklich ganz ganz vielseitig einsetzbar. Natürlich ist die Rolle salzwasserdicht. Wir haben wirklich ganz ganz tollen Lauf der Rolle und optisch finde ich persönlich macht die Rolle richtig was her. Wir haben ein Gehäuse aus Aluminium, wir haben ein Rotor aus Aluminium. Das macht die Rolle auch wirklich leicht und ich wünsche euch ganz ganz viel Spaß damit am Wasser. Checkt sie doch einfach mal aus im Angeladen.